Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde Subdistance. Jetzt hat der Drecksack mir schon wieder meinen Fisch geklaut. Ey, das ist jetzt das zweite Mal. Habt ihr das gesehen? Kann es nicht sein, ey. Den mache ich noch platt. 60 Punkte hat der, ne? Die spielen ja hier mit Jäger und Banditen und, ja, im Sterbekrimi, ne? Das ist nicht normal. Ganz ehrlich. Alter Drecksviech. Klautte mir meinen Fisch, ey. Richtig schickifani. Jetzt kriege ich bestimmt wieder keinen, weil... Mann. Ja, ich hab gestern noch ein bisschen gedaddelt, ne? Ja, war nicht gut. War nicht gut. Sagen wir, wie es ist. Und jetzt schwebt der da oben wieder, ne? Wie ein Asker, ja. Ich hab's vergessen. Gibt heute keinen Fisch. Nee, da einmal... Nein. Oh, ich muss noch eine Spitzhacke wiederherstellen, ne? Schickram. Hab ich total vergessen. Die hab ich ja gestern platt gemerkt. Genau wie meine Axt. Da hinten hat einer gebaut. Da hat einer gebaut. Dann hab ich den da hinten gestern ausnahmsweise noch erlegt, ne? Schickram. Keine Tasche. Und die hat schon eine Tüte drin. Bin ich natürlich nicht reingekommen, ne? War richtig gut. War richtig Spaß gemacht. Nämlich nicht. Ha! Typischer Sveni halt, ne? Also... Ja, was würd's machen? Kannst du eh nicht ändern, also... Ich bin dabei, Material zu besorgen, ne? Bisschen Vorwand zu machen. Die ganzen Sachen zu organisieren. Dann kommen Marian und Sven vorbei. Weil Marian wollte gerne mal neue Nachbarn besuchen. Und dann machen die die platt, ne? Ha! Da freu ich mich ja drauf. Das heißt aber jetzt, wir müssen hier richtig ran schaffen. Damit das auch vorangehen kann. So ist der Plan. Munition besorgen. Pfeile machen. Dies, das, jenes. Model Toff Cocktail. Alles. Ich hab gedacht, da wäre eine Kiste, ne? Ist aber auch wieder nicht... Schick, klar. Echt? Dieses Schickwetter, ne? Wir müssen uns auch so langsam für den Winter vorbereiten. Und das Bär war so klar. Irgendwie bringen wir erstmal die Sachen weg. Gucken wir mal, was noch so ansteht. Ah ja, stimmt. Ich muss den Hackeball, äh... Die Achs mal reparieren. Ähm... Das wäre schon wichtig. Mal wegen Sicherheit, ne? Ich hab da nur geguckt. Oh, boah. Ob da was an Stüssel ist. Da ist wohl ein Stüssel und ich latsche da dran vorbei, ne? Was brauche ich? Muss mal wieder Wölfe schießen, ne? Aber ich hab nicht genug Schrot im Moment. Er ist für diese scheiß Jägereingriffe immer draufgegangen. Und irgendwie hat's mir nix gebracht. Ich glaube, ich muss gleich wässern. So. Das haben wir. Das grüne Blatt kommt erstmal hier wieder rein, ne? Sicher ist sicher. Kühlschrank ist voll. Ist ganz gut. Das können wir mal essen. Dann haben wir wieder was. So, wir brauchen... Tab. Was brauche ich denn dafür? Okay. Alles klar. Wir brauchen Bretter. Müssen wir wahrscheinlich auch wieder herstellen. Ein Tauwerk, ne? Und hier... ...Ein Teilschritt. Herstellen. Kann ich die hier reparieren? Ne, dann müssen wir da mal eine neue machen, ne? Wir brauchen erstmal Bretter. Ohne Bretter läuft wieder gar nix. Aber wenigstens haben wir jetzt wieder ne Hackebeil. Schon wichtig. Ey, jetzt hat der Dreck sagt mir schon das zweite Mal mein ganzes Zeug geklaut. Dann gehen wir auf den Zimmer. Achso, hier hat sich auch ein bisschen was getan. Hier hab ich mal weitergebaut, ne? Eingebaut, ne? Weil wegen... Sicher ist sicher. Dann wird ja mal so langsam Zeit, ne? Dass wir hier auch ein bisschen... ...vorankommen. Schickra haben wir getroffen. So ist zumindest der Plan, dass die Base sich hier ein bisschen erhöht und dies und das. Das finde ich noch nie wieder. Dann war es so ne gute Idee von dir, Svenny. Ähm... Ich hab nen Hackebeil, ne? Ich wollte gucken, ob ich noch nen Mupfel oder so finde. Paupern. Und den Seeadler müssen wir platt machen. Da bist du ja wieder. Wo warst du denn? Kollege, geh mal da hinten gucken. Die haben da echt was vor. Warte mal, plattdauer. Deine Muschel. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier los? Wir haben da unten nur ne Perle. Ne Perle. Yeah. Die brauchen wir. Sandstein. Wasser auch immer. Auf Jäger hab ich heute keine Lust. Echt? Ich dachte, ich könnte gübeln, ne? Weißt du, hast du den platt gemäht? Keine Tasche da. Tür zu. Wie ist denn so ne Tür kaputt gekloppt? Da ist ja Ostern und Weihnachten vorbei, ne? Da muss man sich nix vormachen. Das war gar nicht gut. Wir müssen nur Munition. Waren organisieren, ey. Irgendwas ist ja immer, ne? Jetzt gibt's hier nur eine Perle. Ich brauch Platin. Ja. Achso, ich wollte euch das zeigen, ey. Ich hab ne Destille. Die hab ich hergestellt. Das hab ich noch gemäht. Das hab ich geschafft. Wir müssen zurück nach Hause. So dunkel. So dunkel. Schick. 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 Wird zu früh angemacht, ne? Ja, es lässt sich jetzt nicht ändern. Ich muss hier ein bisschen Holz mitnehmen. Echt? Das ist ja auch so viel. Wann nehmen wir so viel Holz? Richtige Richtung drehen, ist immer wichtig. Und wohl, ne, da hab ich jetzt gerade gar keine Lust drauf. Vor allem im Dunkel. Ja, siehst du ja auch, ne? Ne, du kannst bis morgen noch warten. Da hab ich heute nicht mehr so Lust drauf. Ne, so ein Schick-Gram, ne? Get some. Und nix, los, man. Achso, ich wollte euch die Destille zeigen, ne? Das hab ich total vergessen. Aber wir müssen eh rüber. Da war nix mehr drin, ne? Ne, ich muss hier unbedingt Gas geben. Ähm. Machen wir eben auf. Ach, eh. Machen wir wieder zu. Bevor hier nur einer kommt und alles kaputt, meh. Hier ist ja unsere Werkstatt, ne? Wisst ihr ja. Hier ist unsere Destille. Können wir auch eben so machen. Aber ich hab nicht mehr so viel Strom. Die hab ich, äh, befeuert. Das läuft. Eine Perle haben wir wieder. Sandstein ist auch wichtig. Brauchen wir auch immer. Von wegen Sicherheit und so. Oh, ein bisschen Glas hatten wir noch gemacht. So, wir haben nicht so viel Strom, dass wir heute Nacht noch hier produzieren können. So, Glas muss da hin. Und dann kann das hier aber erstmal so bleiben, wie es ist. Hier wollte ich eben was nachgucken. Ich soll was noch herstellen, ne? Zweimal Alkohol, einmal Stoff und den. Dann könnten wir einen herstellen, ne? Weil zweimal Alkohol hab ich, ne? Guck mal, zweimal Alkohol ist schon doof. Das ist gut. Das kommt hier auch in die Kiste. In die Reihe. Gut, was sagen? Kartoffeln, aber wie gesagt, wir haben im Moment nicht so viel Ströme. Wir müssen mal wieder auf Yacht gehen. Wollen wir hier zu? Was ist hier vor? Nicht viel, ne? Holz. Hier hin. Essen. Erstmal fünf Stück. Dann passt das. Oh, meine Wumme, ne? Da komm ich auch noch nicht so mit Chlor. Was wollte ich denn jetzt noch herstellen? Wisst ihr das noch? Ne, ich weiß das auch gerade nicht. Wir haben nur noch eine Angelschnüre. Wir müssen Angelschnüre herstellen. Wir brauchen dich. Stücke. Taube kamen wir noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sicher ist sicher. Das haben wir. Kommt das wieder zurück? Das brauche ich eigentlich. Im Moment gerade nicht. Obwohl ich nur ausbauen muss. Bretter kommen hier hin. Okay. Achso, hier. Herstellen. Das haben wir. Wasser musst du immer mitnehmen. Holz. Hier hin. Du kommst zurück. Jetzt regnet wieder, ne? Ey, das war ja sowas von Chlor. Achso. Asche. Gehen wir ihm die Blumen gießen? Wasser holen kannst du ja immer ganz gut in der Nacht. Hätte ich nämlich gar keine Asche reingetan. Gehen wir Warte holen? Oh, es ist kalt. Ja, ja, ja. Kannst du noch haben, weil mein Talent das kalt ist, ne? So, abflug zum Hof. Ja, ach du frierst. Ach, ist nicht wahr. Wusste ich gar nicht. Guck mal, aber so können die hier nicht mehr so drauf, ne? So war die, 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 die Denkensweise. Dass die da nicht mehr so drauf können bei mir. Deswegen bin ich hier noch so ein bisschen am Basteln, am Bauen. Dass wir das einigermaßen vernünftig hinkriegen, ne? Guck mal, hier ist jetzt höher. Da machen wir noch eine Plattform hin. Hier können wir irgendwas demnächst mal reinstellen. Und hier sind auch zwei Plattformen jetzt hingekommen, ne? Also zwei müsste ich noch bauen. Ich glaube, das können wir eben noch machen, ne? Oh, ne, wir haben keine Bretter, ne? Da muss jede Menge Bretter herstellen. Wir haben gar nicht mehr so viel Holz. Ich muss Holz klopfen. Die machen wir erst. Wasser muss immer mit an Stüsseln sein. Da brauchen wir eine von. Wie viel Strom haben wir? 353. Nehmen wir Kartoffeln mit. Ne, nicht. Ne, ne, ne. Halbieren. Nehmen wir die mit. Gehen wir eben fix rüber. Tür zu. Gehen wir hier hin. Ich hab doch Kartoffeln reingetan. Bin ich denn deppert? Oder muss das hier drin sein? Anscheinend muss das hier drin sein, ne? Verstehen. Gut, das macht er. Das läuft. Ich muss die Kartoffeln zurücklegen. Nicht, dass die vergammeln, ne? Zurückgelegen. Ach, da. Gut. Also, ich warte... Wie viel hast du denn schon gemacht? Ich muss auch noch Pfeile wiederherstellen, ne? Ich würde gerne noch zwei da erst mal verbauen. Okay. Du kannst zurück. Ich hab kein einziges Stückchen da, ne? Müssen wir warten, bis wir Sticks herstellen können. Aber die können wir schon mal in Auftrag geben, ne? Okay. Läuft. Wir müssen auf jeden Fall Holz machen, diese Dinge, dem Tag. Ey, der kommt ja nicht drumherum. Die trinken wir noch aus. Gehen wir ihm Wasser holen. Schick oder Mist? Die sollen hier noch hin. Dann sind wir hier ziemlich safe, weil wir ziemlich hoch sind. Können die da schlecht dran, ne? So ist der Plan. Da hinten Jachthütte, ne? Aber im Moment ist auch schlecht mit Munition, weil ich Dölz natürlich immer auf die Jäger losgegangen bin. Das war keine gute Idee. Der musste erst besser ausgerüstet sein, dass er das am besten hinkriegt. Also da müssen wir uns nichts... Stimmt, da sollen die zwei noch hin. Dann können wir nämlich von hier aus besser auch in Angriff starten. Und so weißt du, hier so boom, boom, bang. It's the plan, by the way. Wir müssen gleich auch mal ein bisschen... ...auf Yacht gehen und so. Braucht Kraftstoff und dies und des. Damit das hier läuft. Hier rein. Noch mal zu. Du kommst da rein. Da rein. Du kommst raus. Du kommst noch da rein. Nicht so einfach, ne? Nee, das reicht noch. Oh, die sind fertig. Das ist gut. Bretter kommen noch da. Dann brauchen wir jetzt Nägel. Federn. Hier hin. Nee, da hin. Stellen wir welche her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Reicht ist. Nee, mit den Rufstoffen, mit den Ressourcen so... ...so schlampig umgehen, ne? Das ist nicht gesund. Oh, wir haben zweimal Schrot. Gut. Gut. Oh, gut. Ach. Warte mal eben. Der Revolver ist nicht... ...nicht so mein Ding, ey. Da bin ich ja ganz ehrlich, ey. Da kannst du schlecht mit arbeiten, oder? Hallo? Bist du fertig mit rumglucken? Schau mal mal. Tab. Wir brauchen dich. Nee, du musst noch da. Aber ich kann ja auch von da bauen, oder? Weil hier kriege ich das bestimmt wieder nicht gesetzt. Wo ist hier? Sechs. Guck mal, Tab. Sechs. Guck mal, das ist schon besser so, ne? So gefällt mir das. Guck mal hier so... Blum, 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 blum. Läuft, ne? Hier können die nicht mehr so hoch. Das ist ganz gut so. Da können wir uns immer noch mal ausbreiten. So, Holz noch anlegen. Holz wieder wegbocken. Wir müssen Holzrandung organisieren, ey. Schick, kada. Äh, essen? Ja, wir sollten noch was essen, ne? So, Abflug. Wir haben keine Zeit. Machen wir hier zu. Oh. So, dann gehen wir halt hier lang. Was soll denn jetzt? Ich hab ein Hackebeil noch nicht wieder hergestellt. Ich hätte noch ein Hackebeil herstellen müssen, ne? Schickram, schickram. Holz machen. Ein paar Kisten finden. Wär richtig schicki, Feini. Hier auch mal laden. Danke. Nicht zu vergessen. Besuch jetzt den anderen abstatten. Hab ich heute Morgen keine Lust. Hier geht's jetzt mal primär darum, ein paar Sachen zu sammeln, dass ich ja auch weiterkomme. Jeden Schuss, den ihr von diesen alten Jäger da verbannen setzt, ne? Weil den ihn natürlich wie Svenny so richtig gut trifft, ne? Ballonk manchmal ne. Lange sondieren. Ist das ein München? Ne, ist das ein München, oder? Hat der Onkel noch gesehen? Und schon wieder dran vorbeigeschaut. Den Pfeil lassen wir da, wo er ist. Den brauchen wir grad nicht, den Pfeil da. Und das Hühnchen, ne? Das ist nebensächlich. Schickram, ja. Dumm die Dumme. Frag mal den Holzklöppel. Mein Kumpel ist ja auch schon wieder am dummen Streunern, ne? Hab ich doch grad schon wieder gehört. Ja, guck. Wie ist hier immer? Du brauchst keine Ängste haben. Svenny ist nicht so am hinteren Popo. Hier ist nicht die spannendste Folge, aber wir müssen halt auch jetzt wieder Ressourcen sammeln. Holzt mir hin. Oh, ich muss Tauchen, Perlen finden. Vielleicht mal einen Wolf kalten machen. Was war das? 126. Was war das? Ach, das flutscht mal. Gehen wir mal eben bei den Nachbarn lang, Lu, schon, ne? Mal gucken, was der da so gemacht hat. Der ist richtig fett am Bauen, ey. Einiges Blech. Oh. Oh, das hat sich spät gesehen. Was ist denn? Was brauchen wir? Ich brauch Biokraftstoffe. Biokraftstoffe brauchen wir. Oh, ne Kiste, die brauchen wir. So, muss man nur vorsichtig sein. Jetzt hier mit Jäger und Banditen, würde das nicht sein, wer? Danke. Ich brauch so eine Dietrich-Kiste, Mann, ne? Das wäre ja auch mal wieder Premium. Da ist ja auch noch eine Kiste. Da ist ja auch noch eine Kiste. Danke. Mach hier'n Hund. Nein. Da, müssen wir hin. Da ist so'n Hund. Was soll denn hier aufpassen? Längsam anvisieren. Fischelfong ist ja nicht mehr so einfach. Was war das? Hier, oh da. Das können wir auf jeden Fall schon mal klopfen. Was brauchen wir denn mehr? Da, guck mal, wie hoch der's schon gebaut hat. Da, siehst du das? Der ist richtig. Und dann hat der, von oben geht der dann hoch und knallt dich dann ab. Der Drecks, Drecks, Penner der. Fand ich nicht so lustig. Oh, Wolf. Erstmal Ressourcen sammeln. Oh, das gibt Munition. Das ist gut. Ich brauch's. Da ist was zum Klopfen. Nehmen wir gleich mit. Und den hier verplippen? Hast du, hast du? Da brauchst du dich nicht mehr drum kümmern, ne? So muss man das sehen. Oh, die Folge ist schon viel zu lange, ey. Ich bin nix geschafft, man. Das ist zum Mäuse melken, ne? Boah, das scheint Eisen jetzt zu sein. Das ist gut. Das brauchen wir, jede Menge. Ah, ich bin heute gar nicht am Strang langgelaufen, so wie sonst. Das ist nicht gut. Aber hier ist auch nix. Wie ich den alten Seeadler plattmache, weiß ich aber auch noch nicht. Wenn der jetzt hier andere und da meine Sachen wegfuttert, ne? Wo ich hier die Angel nicht mehr rein halten. Das war jetzt das zweite Mal. Ja, gestern der Mittag auch schon. Und jetzt heute schon wieder. Kann's doch nicht sein. Schlecht Wetter heute, ne? Oh, nicht schön. Und dann brauchen wir nicht gießen, oder wie ist der? Also von hier können sie nicht mehr dran. Wir müssten hier noch ne Wand hinstellen, ne? Dann machen wir so ne Halbruhe hin, oder so. Das kriegen wir aber hin. Hör mal zu hier. Hier innen. Holzrinnen. Oh, das war ganz gut hier. Töten. Schlachten. Das Klo. Rind mit Zoll. Wir haben doch nicht mehr so viel, ne? Weil da können wir zweimal einen Biokraftstoff herstellen. Das brauchen wir im Moment. Irgendwann ist doch auf Wolfsjagd gehen, oder was. Warte, ich hab noch keinen Plan. Die kannst du erst mal noch... Nee. Dann ess die erst mal hier. Essen. Tun wir den da rein. Den noch da. Passt da. Premium. Was hast du? Wir müssen noch gehen. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Herstellen. Das läuft. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erst mal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.